Guten Tag Siegfriede, mein Name ist Wolfgang. Ich starte in der Nähe von Rostock hier. Das ist Altmannshagen, das sie vielleicht möglicherweise kennen. Ich würde mal wissen wollen, wie du mich aufnehmen kannst. Tja, ich kann dich ganz gut hören. Ich müsste gucken, wie das direkt ist. Das würde ich dir im nächsten Durchgang nochmal sagen. Wunderbar. Mich interessiert die Modelsonsqualität jetzt hier, also wie du mich am Relais hören kannst. Also ansonsten wäre das eher unkritisch. Kannst du mich hier gut verstehen und würdest du die Stimme als solche identifizieren? Ja, wobei das nicht ganz klar ist, muss ich sagen. Ich habe eben mal zurückgeschaltet auf direkt, also ich kann dich direkt mit 5 und 9 lesen hier. Und da ist die Stimme wesentlich, die Modellation wesentlich klarer. Okay, alles klar. Jo, gut, dann bin ich erstmal informiert. Dann bedanke ich mich sehr gut, wünsche dir noch einen schönen Tag. Und bis demnächst mal wieder hier, Delta Kilo 1, Fiskis, ja. Ja, okay, Wolfgang, alles nur mit 73, tschüss. Jo, tschüss. Ich rufe nochmal DG 0KT, DG 0KU für die Airlines KVS. DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT. DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT, DG 0KT. DG 0KT, 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 DG 0KT